Ohohoho Okay Ja Mal gucken was übrig bleibt Nach dem Schmeißen So Puh Wir hätten einen Sniper im Team Wow So. Moment, ähm... Sand ging jetzt mal wieder drauf. What the heck? Guck mal nochmal, was wir haben. 1100 Spiele, so, okay. Solo 1200. 410, also 800 Spiele, keine Ahnung. 1000 Spiele. 1.000 Spiele. 1.000 Spiele. 1.000 Spiele. 1.000 Spiele. 1.000 Spiele. 2.000 Spiele. ****. Das sind aber auch mehr. 1600 Spiele plus Minus. Troll. So, Moment, wo hatte ich... Was war da denn los? Warum habe ich denn jetzt meine Immortal nicht da drauf gehabt? Das ist ja echt... Oh, shit. Gut, Spirit Breaker kann ich... Bar Strike, kann ich den vielleicht stoppen? Wenn ich den sehe. Ah, ja. Oh, ne, wirklich jetzt. Boah, der ländert Liquid-Dinge her. Boah, der ländert Liquid-Dinge her. Ich als Cary mit Sand King, nein, danke. Nein, danke. Bauen die auch noch? Oh Gott. Was sind das im Moment für Teams, Junge. Die sind auch voll übertrieben. Keiner geht auf Support. Okay. 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 Bevorst du, zu gehen! Wer hat dich gemacht, Captain? Es ist präsentiert Admiral. Meine Dankeschön. Es fehlt noch ein Moment. Ah, okay, Ars, ich habe hier genug davon. Ah, ich habe alles örtet, um zu battleen. 30 Sekunden zu battleen. Ich bin Türken im Team und Russen im Gegnerschen-Team. Wunderbar. Ich schiebe wie die Sands. Um. Und wir sind bereit für zu gehen. Finally. So, Bonne Tatsch. So, Sie sind. So, Sie sind. Dang es. Gratis. Of course. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Aber hey, er hat sie vor der Linie gebrockt. Nein, ist gut. Da hat er auch die Gerübe von ihm. Interessant. Der hat den Ex-Kopf. Kann man nochmal sehen. Wie ich damals gemacht habe. Das ist schon gut. Oh. Gott, er ist... Dangit. Okay. Ja. Wo kann ich denn... Ah, Sniper hat Klings erwischt. Klings sich wohl doof angestellt, hm? Schein zumindest. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Ja. 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 Nein. Ah. Scheiße. Der ist gar nicht... Richtig, Moment. Das ist alles. Der Kurier ist schneller als wir. Ah Gott, oh Gott. So. Yes. So einfach kann das gehen. Was sagt denn die Zeit? Oh Gott. Das könnte mir wieder... ...Commands anbringen, wenn ich so weitermache. Ich mein, jetzt ist Bird zweimal gestorben, das wird dem definitiv nicht gefallen. Komm schon. Ach, leckumio. Ich hab keinen verschissenen Bodyblock hingekriegt. Damit. Das ist ja eigentlich noch der Plan gewesen. Ja. 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 Nicht im Leben in dem Moment. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte so gern da noch einen mehr weggekloppt. Schade, wie ich dachte. Wie ich dachte. Moment, wo hat er das ganze Leben hier? Ach nee, warte, der war ja auch tot. Das war ja auch tot. Das war ja auch tot. Ach, der will doch noch ein Teiler, der Barrister. Okay. Kann sein Glück immer mal probieren. Oh shit. Oh shit. Okay, der hat tatsächlich darauf gewartet. Ähm. Ich bekomme da aber keine Erfahrung. Oh. Oh. Ah. Warum? Oh. Noch hab ich keine Schuhe, verdammt. Oh, ich hab kein verdammtes Mana. So, du sagst. Oh, der wird... Da ist er. Könnte Glück haben. Da. Ich hab einfach kein Shit-Mana. So knapp auf der Linie. Schade. Schade, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ah, da war... Okay. It should have known better. Nein. Ah. Shit. Ich hätte meinen Ballstrike erwischen können. Ich wusste, wie weit er geht. Ups. Ach so. Oh, was ist mit Klingster los? Okay. Is that a mirage? Ha ha. Komm schon. god damn Aura Strike, I am echt, guys oh where is the king? Oh Gott, es geht das wieder an. Ex-Shift, Ex-Zoas. Oh, Level 6, wunderbar. Vielleicht sollte ich wieder auf den Jules gehen. Of course. Where is King shooting on this item? Was ist denn da, ne? Ah, dang it! Ah, Mist! Der Tor ist ihm natürlich voll egal. Oh. Jesus, how do you porch this body well? What the heck? Ah. 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 Oh Gott, das ob das jetzt interessant wäre. Ah. 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 Ah, shit. Zu wenig Mana, verdammt. 150, 280 bräuchte ich. Moment. Dann hol ich mir erst mal die Rune. Dann wackele ich wieder zurück und hoffe, dass es da noch die Krippheit ist. Die Strukturen sind fortified. Oh, shit. Oh, shit. Ich würde ja gern. Slamm. More. More death. A vicious double sling. Ah. Dang it. 13, 15. Hmmm. Something bad is happening to your top tower. Radiant Think. Fortification can save them. Any portal is done. Oh. oh dang it a dominant performance Ich habe das Wurzeln. Alle Fähigkeiten gesessen. Meine Schwanz erhöht. Sehr gut. Unacceptabel. Sand King. Komm her. Oh. So, langsam fängt das doch schon mal ab. Gut, jetzt könnte ich mich dann im Moment auf den Blinkdiger konzentrieren. Das Problem ist eben mein Level momentan, wie der mag. Dass ich da jetzt gerade nicht wieder so bewund bin. Was ist denn zum Level angeht? I'll scowl your bones. I'll go. I'll stay. Oh, du kannst es einfach nicht sehen. Go, 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 go. Das Problem ist, Bounty hat irgendwie... ...arbeitet an seiner Free Farm da. Das kann ich dem ja doch irgendwie nicht durchgehen lassen. Ich hoffe einfach mal, dass ich den jetzt kriege. Der blockt noch die... ...ne, gar nicht. Hm. Scheiße. Warum muss ich denn auch erst laufen? Das wäre ein Blotziger so schön gewesen. Hm. Ich bin bereit. Zang, schlug meine Enemies. you just smashed the enemies middle ok dangit das ist doch echt irgendwo müssen die da moment den ward da stehen oder hat der echt so lange gebraucht da muss ja im letzten entweder im letzten moment wo ich abgetaucht bin die 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 ja stimmt low ground high ground your core power Brady fortified their structures attack the heroes this will do nicely I'll shift like the same if I had time to find a snack frankly sir wait guys how take your flight F9 all right and we're on the way and we're on the way to battle okay okay go we are already on the way we are already on the way to battle okay 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 6% Die Strukturen sind fortified. Ihr Top Tower ist unter attack. Ihr Top Tower ist unter attack. Manit. Die Schmerz-Mittel-Tower rief gerade ab. Okay, oder der hier wieder? So. Falscher Zeitpunkt? Aber... Deshalb, wir ziehen uns jetzt zurück, als dass wir gleich was auf die Ommel kriegen. So. Ähm. Okay, das ist gut. Ich mach jetzt mal kurz die hier fern. Legend. Icon Legend. Icon Legend. What the heck? Was hab ich überhaupt noch ankommen? Poor Legend. He's amazing. Come, come, Slender, come. Ach, Blink hab ich. Ah, stimmt ja. Slender, Slender. Ein Gehirn? Nein. Oh, das ist das. Okay. Muss aufpassen. Verstandig. Aaaaahhhh shit Ich vergesse immer, dass ich meinen Borrowstrike picken muss. Wenn ich das bemerke. Da hilft kein Sand, da muss ich den entgegenstunnen, bravo, 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 Brawax, Rantam Dust, einfach mal so, ja. Viel, viel Scheiß dabei. Okay. Okay. Rantam, hier, Rantam. Ähm, bravo. Also den finde ich jetzt witzig. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I have no mana. Oh. Shit, 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 shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bitch. 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 Junge, 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 Junge. Hier, hier, hier! Was ne Nummer, ey. Was ne Verfolgung. So. Oh. Yes, Kling's. Grat. Bravo. 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 Sen. Stun. Stun him. Ich bin auch schon längst weg. Ich bin auch schon längst weg. Lardar, helfen Sie. Lardar, hier, 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 hier. Hey, teleport. Hey, teleport. Hey, teleport. Ja. Ich hab dich. Mein Gott. Was ne Jagd. Was ne Jagd, ey. Wipe out. Oh mein Gott. Dass keiner weiß, wie man den nochmal schicken kann in Korea. Das wundert mich jedes Mal wieder. 30, Alter. Schon nicht heavy. Wir kommen grad einfach nicht auf den High Ground. Eines Mal. Noch nicht. Dann, dann, okay, du gehst. Speed coming, speed coming. Okay, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst. Nein. Go, 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 go. Die Range ist viel höher. V C Z . Ah, gebe ich ziehen. Das ist,ущirh, gar nicht. Was ist das Kassel? Okay. Nein, ich höre dich. So. So wunderbar. Schön. 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 Sitz, acht, elf. So. Okay, 140. Das muss ich noch kommen. Wipe out. Last hit, yes. So. So. Sniper. Könnte noch Groschen machen. So, ich wollte eigentlich jetzt noch meinen, äh... Scepter. Komm, Rampage! Komm, Rampage! Komm, Rampage! Oh, shit! Huh? Was für ein Kind war das? Schade. Habe ich mir aber noch mal ein paar schöne Assists abgeholt. Leider bin ich aber auch noch mal gestorben. Schade. Ich habe ihn. Ja, ich hab ihn. Hh, ne, ich hab ihn. Ah, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Das ist mein Kind der Wahrheit, sagt Abraham, der Zähler. Oh, nein. Oh, nein. Das ist ein Kind. Oh, ich schätze das auch. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Aus. ok ok yes what the heck oh my god oh my god oh my god oh my god i had to be panicked i was just attacked and i thought Als ich in der Luft war so, Ulti oder raus? Ich habe immerhin das Zepter, ich komme weit weg. Ich habe erst auf Ulti getippt, weil ich gedacht habe so, vielleicht kannst du ja in der Luft starten, geht aber nicht. Runtergekommen, angesetzt, abgehauen. Oh Gott! So, scheiße. Voll eingetäuscht. Voll drauf reingekommen. Profilzeichen, aufgewertet. Bisschen auszentrisch, aber hey, was soll's, ich habe... Ach Gott, jetzt fängt das wieder an. Ah, das Spiel war aber okay. Ein Tod weniger als sonst, drei Kills mehr als sonst, zwei Assists mehr als sonst. Sind meine sonstigen Sand King Spieler so uninteressant? Ich sehe Toten. Hey, ich habe nur mit Sand King gespielt. Schön. Alles klar, gut. Das bedeutet einen weiteren Sieg. Ich bin so fest, ich glaube, es war Lone Druid, wo ich eben nicht unbedingt Lust drauf hatte. Liegt er heute ganz gut. Ich meine, ich habe gewonnen, zweimal verloren mit Lone Druid, weil... Man muss ja, wird ja dazu gebracht. Dann Lone Druid gewonnen, Sand King gewonnen. Nicht entscheidend. Ach, die erste Million. Doch, erste Million. 900.000. Ach, glatt. 200.000. Die Gold nicht ausgegeben. Ähm, 32 Siege aber schon, seit ich mir die, äh... Runen da rein geschafft habe. Und das Gem. Wie war noch? Ja. Ja. 69 zerstörte Türme. Da denkt man gar nicht, dass das... Wenn ja, soweit ich meine, nur die Last Hits gezählt und... Dafür ist das bei weitem nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht, dass du nur die Last Hits hast. Und dann habe ich jetzt seitdem bei 38, äh, 35 Siegen... So knapp 60 Spielen. Plus minus 60 bis 70 Spiele... Habe ich fast jeden Spiel einen Tower gekillt. Also gelastet. Ist jetzt nicht so viel. Dafür habe ich 124, also zwei Gebäude pro Spiel. Also... Ich meine, Juna Spiele machen dann natürlich... So einen kleinen... Rein... Aber, naja, gut. Alles klar. So, dann sehen wir uns in Alexander.